Kommt, bitte. Ein Obstler. Der steht noch hinter die Boxen von der Ramona im Geburtstag. Ich hab dir hundertmal gesagt, dass du während der Schicht nichts mehr trinkst. Doch nicht für mich. Für den Uwe. Für den Uwe? Ja, geht jetzt noch ein absurdes Kassensturz. Wenn der Ramona einen anfassen wird, den würde ich pattern. An deiner Stelle würde ich mir um Bärchensnerven-Sorgen machen. Ist ein bisschen reizig bei der Gute heute. Ja, weil du so aggressiv bist. Du kommst hier mit einer Laune rein. Hey, meine Laune ist super. Na, Glückwunsch. Du hast es wieder geschafft. Natürlich hing Maike danach umso mehr an mir. Na ja, Kinder können in solchen Lebenssituationen auch eine Stütze sein. Royalität ist das Letzte, was ich von meiner Tochter... ...loved me again... ...for my mother for this life... ...can't afford to love my soul and lie... ...I could fall again... Ich habe meine Ausbildung in Essen an der Volkwanghochschule gemacht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017